Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Feldsturm und herzlich willkommen zur ersten Episode des Worst-Case-Szenarios. Das Worst-Case-Szenario haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesehen bei StarCraft. Da passiert einfach was, wenn man sich denkt, alter, wie hat es jetzt, warum bin ich in dieser Position und warum passiert das? Und das werden gleich Bennett und J. Coke schmerzlich erfahren. Und zwar, ich zoome mal ein bisschen raus. Die kämen hier mit ihrer geballten Armee gegen die Marines und Marauder und auch die anderen Tanks von Doomfork und SC-3V. Und ja, das Worst-Case-Szenario, noch ist es relativ smooth, die gehen halt hier so ein bisschen mit ihrer Armee drüber und kämpfen dann gegen die 3-3er Armee von dem Kollegen. Aber was sie nicht merken, beziehungsweise, was sie nicht ein Augenmerk drauf haben, ist, dass hier dieser rote Kreis kommt und der hat sich jetzt hier verdichtet und da kommt auch schon alles Gute von oben. Und zack, da sind die Armeen weg. Ja, sehr schönes Worst-Case-Szenario, gefällt mir, gefällt mir sehr. Ja, und ja, wenn ihr darüber stolpert, während ihr Starkville spielt oder auch alle möglichen anderen Spiele, wo ihr einfach sagt, irgendwie, boah, Alter, hier ist irgendwas passiert und das kann man irgendwie schicken, das Videomaterial oder was weiß ich, dann bin ich gewollt, hier, ja, dieses Szenario aufzunehmen. Und vielleicht haben wir alle ein bisschen Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, ich war Feldsturm und schönen Tag noch. Tschüssi!